Und jetzt kommt der Killer als nächstes an die Reihe. Aber nein. Goodbye Killer. Ey, wir können mit dem Schwert rüber. Achtung, die kommen rüber. Hopp mit dem Messer. Los, ran. Der Rote, der Rote, der Rote. Der Rote muss sterben, der ist gerade unten. Okay, warte. Ich sehe ihn gerade nicht oben. Ist gerade noch einer. Wer landet alles weiter auf ihr Schiefballern? Achtung, nächster, nächster, nächster. Go, 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 go. Ich gehe an die Kanone, ich mache voll drauf. Irgendjemand muss noch draufrotzen aufs Schiff. Ja, unser Schiff steht gerade scheiße. Ich gehe ans Steuer. Ja, ich kümmere mich um die Roten, dass du hier in Ruhe fahren kannst. Weil wir stehen gerade echt gut zum Ballern eigentlich. Bist du mit die Füge ruhig? Oh Gott, ist es hier gerade so verleckt. Alles wackelt, alles ruckelt. Ist gerade voll schlimm. Man kann hier niemanden treffen. Ich bin von meinem Posten geballert. Oh Gott, komm schon, komm schon. What? Okay. Momentan ist es, glaube ich, kein Fight mehr auf... Ja, die fallen jetzt ins Ausland, wenn ich versuche, rüberzukommen. Okay, ich versuche jetzt, hier mal ein bisschen draufzurotzen. Ja, und die Kanone sind noch echt fett. Oh, fuck. Ja, wir haben gewonnen. Alter, ich habe mich selbst in die Luft gejagt, ey. Weil ich sich auf den Holzstab gezielt habe, der genau vor mir war. Das hat so einen Rückschlag ausgelöst. Ich kann mal, wie die untergehen. Guck mal. Aber wir auch. Guck mal, wir haben... Egal, wir haben gewonnen, Alter, die Bluebirds haben gewonnen. Ich finde, ich glaube, dass das Schiff, das rammt, das rammt, immer im Nachteil ist. Weil das ist bis jetzt immer versunken, ne? Ich glaube, beim Ramm gibt man härteren Schaden, als wenn man rammt, gerammt wird. Ja, ich bin nicht mehr am Lenkrad, Benzing, ganz ruhig. It's just raging the whole time, you know? Wenn du jetzt schnell genug drehst, haben wir sie voll am Sack. Haben wir sie schrimmel, mese, mese. Aber sieh uns auch, die Schrimmel. Du bist, glaube ich, schneller auf Position, kann das sein? Ich weiß nicht, aber ich habe eh... Oh, fuck. Die sind schnell auf... Die haben alle drei Waffen jetzt schon. Der Schütze ist aber auch gekillt, ne? Vor allem an der dritten Waffe, der schießt nicht mehr. Ja, okay. Pervers. Ich kann an der letzten Waffe, treffe ich nicht mehr, aber... Alter, hier liegt eine Kugel vor mir. Hier liegt die Kuh vor mir, fuck. Oh, habe ich sie getroffen, vorne? Ja, ja, du bist voll drin, ey. Scheiße, ich bin rausgefallen, ich bin gar nicht mehr auf dem Schiff drauf. Besteigt sie. Besteigt sie. Okay, let's go. Jetzt kann man schon draufrotzen. Bam. Und bam. So, schön, wie auf der Seite ein bisschen drauf. Oh, schade, jetzt bin ich gestorben, fuck, ey. Ich versuche noch auf dem Schiff drauf. Und jetzt hier nochmal schön drauf, auf den hier. Bam. Oha. Haben wir keinen Lenkenden mehr? Boah, scheiße, scheiße, scheiße. Unser Schiff sieht gerade ein bisschen... Ich habe mir auch schon gestorben. Geht alle rechts, geht alle rechts, alle rechts an. Nein, ich bin da saufen. The Great's Derp. Fuck me. Ey, die haben uns gerade sowas von der Weitseite gegeben. Ich bin nicht voll nach drüben geschleckert. Ach, scheiße, man, es wird nix. Ich gehe rüber. Ich bin auf ihr verschissenes Schiff. Nein, fast geschafft, ey. Wir müssen rüber, das ist die letzte Chance, glaube ich. Ey, unser Schiff ist wieder da, unser Schiff ist wieder da. Es taucht wieder auf. Wir sind blau. Wir sind rot, oder? Haben wir nicht bei den Gegnern auf dem Schiff? Ja, okay, nein. Das ist sicher. Also ich bin bei rot. Ich bin gerade bei rot. Ja, okay, 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 okay. Komm schon, komm schon, komm schon. What? Hoppa, 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 hoppa. Scheiße, einer ist bei uns drüben. Ich bin immer noch auf dem Gegnerischen Schiff. Ja, der ist bei uns. Ich habe echt, der war auf uns. Stirm, Stirm, Stirm. Nein. Schade, schade, ey. Ich habe den gut ein paar Mal getroffen, aber ich habe einfach wohl das Grundlife ein bisschen schwächer. Ich bin bei uns auf dem Schiff und drehe jetzt. Wir können uns zum finalen Angriff ansetzen. Ich glaube, ich habe die gewinnen. Also einfach. Nee, es taucht wieder auf. Es taucht wieder auf. Zwar auf der falschen Seite. Egal, noch rüberballern mit der Waffe. Vielleicht, keine Ahnung. Ich drehe wieder. Ich drehe wieder das Boot. Alter, das ganze Ding. Das unter Wasser eigentlich. Kommt mir nicht dran. Ich komme nicht an dieses Scheiß. So, okay. Ja. Blue hat gewonnen. Was? Das kann doch nicht sein. Fuck, Mann. Hä? Aber wir haben doch noch... Das Schiff war doch noch da. Ja, aber jetzt ist es weg. Ja, jetzt. In diesen zwei Sekunden hätten wir noch ein großes erreichen. Wir hätten große Siege davontragen können. Also alle guten Dinge sind nur drei, wenn man auch wirklich beim Drittmal gewinnt. Ansonsten sind natürlich alle guten Dinge vier. Ja, auf jeden Fall. Das kann mich nicht voll ganz zubstimmen. Okay, ich bin wütend und diesen Wund werde ich jetzt übertragen auf das vierte Match. Dann fahr du, fahr du. Dann werden wir gewinnen. Okay. Ich kann nicht glauben. Oh mein Gott, du bist blau. Kopf der die Giranten. Okay. Ich komme zurück auf den Schiffen. Mach bei euch mit. Okay, let's go. Ich werde meutern wie ein Kind. Ich werde jetzt schon die ersten mit meiner Pistolette erwischen. No, you can't. Because... Das ist bekehrsam cool. Die ersten Schi sind schon wie süß. Als ob die jemanden treffen könnten. Die kleinen Popo-Schmatzen sind. Weißt du was, die Map? Die ziehe ich uns auf den Server und dann bauen wir selbst keine Schiffe mit Kanonen auf demnächst. Und machen wohl die Pirate-Word. Oh, der hüsch. Allen Leuten, die auch Gary's Mord haben... Ja! Ich habe den Fu-Bar getroffen von tausend Meter weit weg. Bin zu wer. Und jetzt kommt der Killer als nächstes an die Reihe. Aber nein. Aber nein. Goodbye, Killer. Hahaha! This is probably hard. Mach euch Party! Machst du rambazambar, ob eigentlich? Das ist nochmal der schwekig... Schwekig ein Berg, will du mich? Ja! Aber das ist eine leckere, ich habe gerade nichts gesehen. So, die Bilder, man. Gelegt's. Ja, ich bin auch gerade eben von eurem Schiff, von eurem Deck ins Wasser gelegt. Die alte Coach. Egal, ich habe euren Kapitän getötet. Bam! Headshot. It is unfair, you know? Alter, jetzt leckt's aber hart. Ich stehe eigentlich, ich stehe schon am Lenkrad dran. Und dann bin ich doch woanders. Nee! Bam! Blackjack the Hitch. Ja! Ja! Schön, das Motorwasser getungst. Zehn Kilometer. Jetzt war's das. Game over. Oh, 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 oh. Schön runter. Das geht gar nicht. Ein solches Videomaterial können wir einfach nicht auf YouTube hochladen. Das wäre eine Zumutung für die Community. Da. Ping. Aua. Wer trifft mich da jetzt schon? Okay, jetzt, 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 jetzt kann man es in Folge. Okay, ich kenne die dritte Kanone. Ich brauche den weiten Winkel von allem. Weil wir haben uns doch jetzt nicht schon wieder. Egal, lasse, lasse, lasse. Nee, ich ziehe an den vorbei. Guck mal. Boah, jetzt sehe ich doch gerade. Ja, jetzt haben sie schön geschissen, ey. Jetzt traut rotzene, ey. Schweine Priester. Bamm. Über den verkackten Käpt'n von denen noch kellen. Mann, das ist die scheiß Waffe, wie man nachladen muss. Und die nächsten auch. Komm schon. Ja, wir sind hinten dran. Wir sind hinten dran. Nein! Das ist scheiße, wenn man nicht trifft, ey. Und dann muss die Waffe tausend Jahre nachladen. Ich glaube, ich gehe drauf. Ich gehe rein. Ah, nee, ist noch zu weit weg. Das hat gerade ein bisschen näher ausgesehen. Der supercooler Käpt'n wird doch jetzt nicht uns hinten gegen den Berg fahren lassen. Oder vorne. Nee, seitlich. Was ist hier los? Das gibt es doch nicht. Ich habe da gerade voll auf die Plattform geschossen. Es ist nichts passiert. Die Kugeln dobsen ab. Ja! Den einen voll weggefascht. Die sind gleich weg. Die sind gleich sowas von weg. Die haben aber irgendwie noch eine stabile Plattform. Und es stört mich gerade ein bisschen. Oh, jetzt gehen sie hoch. Von hinten. Von hinten. So. Ich würde sagen, wir haben einen wunderschönen Sieg eingefahren. Wahrscheinlich muss man sich nach dieser Folge Aspirin reinschmeißen. Voll lauter Leckerei und Zucklerei. Aber das hat, ja. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Server zu tun hat. Aber ich glaube, das läuft generell unstabil, wenn man halt viel gegen Wände, gegen die Berge fährt. Schiffe kollidieren und so weiter und so fort. Aber gut. Das macht auf jeden Fall riesig Spaß. Und yeah. Gut, ich würde sagen, wir bänden die Aufnahmen, oder? Ja, das war's. Das war eine schöne Aktion zum Dienstagabend. Haben wir? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Keine Ahnung. Dienstag, Dienstagabend. Wunderschöne Aktion, Dienstagabend. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.